Schöne Stadion Ich kenne die Gegner auch nicht, muss ich ehrlich sagen Die uns auch nicht, wir wollen erstmal schauen, wie wir reagieren Die sind voll Die sind total voll Dicht meinst du, mit Feuer Nein, so gelb Hat er noch, hat er noch Gelb hätte ihn beinahe noch bekommen Der spielt ganz oben, oder unten rechts Laufen lassen, abseits Lass ihn weg Nicht vergessen, laufen lassen 5 Minuten, Tato Clou Oh scheiße, jetzt hab ich's laufen lassen Oh scheiße Oh scheiße Oh scheiße Die Knipse ist eh der Repräsentant von denen Sehr schön Deiner Michi Macht die Brust Jawoll Jawoll Du hast das Auge gehabt Du wolltest eigentlich schießen und aus dem Bolz Ja 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 ja, weißt du, dann hab ich schon wieder doofen sie Wie kein Dio Der ist jetzt sichere Tor Ja Achtung, da sind wir noch nicht durch, ja Wir müssen noch mindestens 3-4 Tore machen Bevor wir Jürgen Keins kassieren Naja, das weltbeste eigentlich Einfach nur Keins kassieren, egal auf was Ja, ich glaub nur, dass die schneller auch spielen können, als was sie bis jetzt gemacht haben Wir sind Auli Also halt Ich glaub, die haben wir jetzt gut überrascht Ja, gut überhalten Die können schießen Schau mal Mach mal Na, gib mal Oh Oh Na, gib mal Das wird so zurückgelegt Ich bin der Kärz und die Spieler Stift Weg, weg Weg Passt Was 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 Ich hab gleich gespielt, aber Der Beut Wir haben Wenn ich Weg rennt Vor dem nächsten Spiel muss ich unbedingt was umstellen Boah Ich kann Zwei war auf den Außenrissschuss Und So ein Turnier brauchst du zweite Luft ich habe sie nur vorhin weggegeben aber das war noch für uns so ja Droglap spontan spielen ja Droglap 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 Da המ� ở địailly sind Droglap 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 nnat Azure Droglap da wurde plötzlich mal das kommt zu mir ja je länger das dauert umso langsamer läuft irgendwann bleibt glaube ich sogar fast ganz stehen noch nicht wieder sauber ein bisschen mehr auch so konzentrieren bei schrotten ist er aber auf einmal weg war weil ich ihn hatte aber passiert nein dann noch und jetzt durch mich wer war das neben mir der traxt oder mittelweiß so zwei drei schritte links von mir ich wollte geschießen aber ich bin nicht hingekommen aber das war jetzt nicht so super das mit sie folgt die grünen ist so was machen die beklungen der gelbe dahinten sind dort waren die 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 bei die mit die diese die die noch mitmachen oder was ja nächstes match nein ich bin Prozent weil es okay nein war nur die Skolleggte Prozent mit der Mann der Abwehr zu können beim anderen Tiefen und die Kälte sind gerade 35 minuten das ist das Spiel in der Zeit wirklich dann gehe ich auch schnell fix mir was in die Küche schieben also noch ganz ehrlich wird jetzt noch mal die stunde so weitergeht wie jetzt also das Spiel das ist ganz gut aber dann könnte es sein dass ein oder andere einsteig oder die große Anwälte funktioniert wenn die ich glaube ich bin trainiert und verrufen nächste Match geht je nach hinten weil da ist ja der Markus Weg oder oder nicht oder nicht schau Markus es läuft überleg einmal das Reiter oben draußen in der in der Wildnis oder nein 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 jetzt kommt hier konzentrieren kannst du scheiße sein jawohl bot geschaffen ja ich spiel was wird immer ich 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 nicht Das ist der. Da hab ich lange nicht gewonnen. Bei dem hat er nicht. Woher ist die Beamer noch, Kaiser? Oh mein Zwilling. Die sind nämlich in der Zwischenzeit eigentlich von ihren Spiel, was sie vorher gemacht haben, komplett rausgekommen. Das Torwart ist aber auch zu spät rausgekommen. Ja. Nicht so viel Rahmen. Der hätte gar nicht rausgekommen dürfen. Der hätte brennt bleiben müssen, sag ich ja. Ja. Aber... Schön. Nicht schön. Und verletzt. Komisches Match. Komisches Match. Gelb. Gelb. Außen weiter. Na zu spät. Wie meintest du? Na du musst, wenn der Torwart den Ball hat, dann musst du zur Außenlinie gehen und dann fordern. Ich würde bitte da stehen bleiben. Ja vor allem nicht vorher fordern erst. Hätte aber jetzt geklappt dieses Mal. Zufällig. Hehehe. Vorbei war schon am Weg zu dir. Vorbei war schon am Weg zu dir. Trotzdem glaube ich, das ist eher so ein Randtasten, das Match. Schatten hat mir das so ausgesehen. Wie sagt die Zeit zu mir? Gegen mir die Schuhe. Gegen die Spielern. Suicide Effect. Gegen Sui. Gegen Sui. Sui. Cheat. Irgendwas. Muss jeder bloß mal ein bisschen zusammenreißen, dann wird da doch was. Jo. Michi hat nur ausgelaufen. Egal ich die Glocke. Die Glocke. Egal ich die Glocke. Grrrr. Und hinterher Micha, hinterher, genau, richtig so, war gut, war gut, war gut, ich hab gefoult aus, ja, gut, guck, weil ich klicke bestimmt, gell. Das ist doch egal, das ist weg, das ist halt weg und ist gut, alles was weg ist, ist auch gut. Ob lang, der kippt noch, Marco ist da, deiner, genau, er schmeißt weit, zum Mittelpunkt schmeißen, jawoll, blau, 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 rein, ich hab' den, wo ich meine draufhäten, was soll ich denn hin, innen verdreit? ? Ayuyor mhm oh was hehehe also ich mach das, ne? aber ihr dürft euch dann nicht wundern, wenn wir fünf Stück kassieren ja, mach mal ohne bin der halt da boah Micha, hm wo bist du? achta ja, ich steh immer rechts ja, ja, gelb hab ich eben gesehen, blauer aber nicht ja, das ist... naja, ich hab nicht gefordert, das ist halt ein Witz oder gar nicht, der spielt irgendwie dahin ja, so links, draußen da aaaaah, wo liegen denn Das... oh, den krieg ich da noch, das gibt's ja wohl nicht aber den klick unsaula auf äh, klick, 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 klick achto ich komm nicht mal ganz runter warte, warte, je nein, das war zu früh aber das war zu spät ich würde sagen zu früh zu früh das war jetzt nicht so unknapp ja mit A ne ich hab gedacht die Verteigerluft noch vorbei und wenn wir zu spüren ja will mich abzucken natürlich ja das er hat das gemacht was ich nochmal mache also ist vor mir her gelaufen der lange pass wäre ja nie gekommen aber das ist ja das ist ja das was wir alle irgendwo machen jeder will irgendwie mal den y pass nach vorne spielen ja das meine ich ja da verliert man sich schnell wenn es ein zwei mal nicht geht probiert das die ganze zeit wieder geht anstatt dass du konzentrieren ja aber es lenkt total ab wenn ihr die ganze Zeit labert ok oh du brauchst die ist oder ja servis nicht am malen boah immer nur am schlimm mit der Junge ist der bald genauso streng halt ja toll jetzt fallster wo ich den Ball kriege wo ich ganz frei stehe pssst und ne 1 0 ne 1 1 hoffentlich nicht der Knipser doch mhm leider halbzeit oder was ne ja 68 sie hebt sich's denn das ist alter doch die sind aber nicht zu zweit draußen stehen ja ich guck auf den anderen nicht zu zweit draußen boah ich hab nicht gefordert ich hab nicht gefordert ne ich hab nicht gefordert ne 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 was ich stehe im schatten ganz oben Sekundenbruchteil sollte ich noch warten ja das ist ja das bei den besseren teams die Zeit hast du im Turnier nicht weiter 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 Scheiße Mann jetzt kommt der Konto ja ich habe aufgepasst für den 13 Prozent der Tatrax ja haha so ein Bär nee das war mit der Hand also der war eh nicht drin um um die Träte Sauber besser das sind die gewinnen auch Kinder ja du bis sie sind auch um gut kann dieser war besser Störmer muss raus ja aber in der Hälfte ich meine wir müssen einig ja ich meine das müssen wir das muss man sich einigen wo beginnen wir mit voll drauf gehen ja immer ja immer wo alles was überhaupt in Strafraum ist zieh durch zieh durch ja ja naja 1-1 mager aber bei denen ging die genauso wenig wie bei uns das habe ich aber gut vorbereitet für das was wir gespielt haben ist 1-1 gut das wird prinzipiell sein das wird prinzipiell sein immer mal bei spiel das ist ein das ist ein immer gut es lief bei denen nix und bei uns nix wo soll ich hin wo soll ich hin ich du